Rote, Gelbe, Schwarze, das hängt immer von Natur, Ressorts und diese Berge ab. Hören Sie mich gut? Hören Sie mich gut? Haben Sie Probleme mit dem Klimalager oder Stuhl oder etwas? Haben Sie einen genehmen Platz? Haben Sie Probleme? Wollen Sie schlafen oder? Wollen Sie schlafen? Okay. Hören Sie zu Hause hier. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie mich direkt stellen, okay? Okay. Wir sind jetzt in Safarga-Stadt und nehmen wir Safarga-Kuft-Weg. Diese Straße ist eine von der Altesterstraße von Ägypten, von der Altesterzeit. Das ist auch der ökonomische Straße oder ökonomische Weg. Hier ist heute auch das bekannteste für Zucker-Industrie und Almonium-Industrie. Wir sind immer mit dieser verschiedenen Industrie zwischen Safarga-Stadt und Könner und der andere steht auch näher von Könner. Wir sind immer mit der Altesterstraße von Ägypten. Wir sind in der Altesterstraße mit dem Land, den wir hier in Ägypten, die wir hier in Ägypten haben. und Sandpüste nehmen wir nur auf ungefähr fünf Prozent von Ägypten am Niel. Vielleicht sehen Sie auch hier einige Platze von alten englischen Einsetzungen hier vor ungefähr 70 Jahren. Und auch alte, bernichte Röker, kleiner für Industrie von verschiedener Fabrik hier und größer sehen Sie das in Köln, kommt von Alexandria, von ganzem Ägypten, äh, äh, Leuten von Ägypten nach Sum, nach Asua. Es gibt hier auch einen Kohlenschrank beim Fahrer, äh, beim Fahrer Kohle und Mineralwasser. Eine Kohle macht einen Euro und, äh, zwei kleine Fläche von Wasser macht einen Euro auch. Nehmen wir nur eine Pause für Hirnfahrt, dauert nur 20 Minuten und zweite vier Rückfahrt und hat gleiche Zeit auf. Die Kölner Einbahnhof Wir machen die Aufgabe auf der CPU als的時候. Das ist ein등, das ist.» Das ist vorzubl 했칙. Da Autolux-orienter Schöne Ich hab das Autolux hier und da Und haben Sie meinen Kollegen in Westsalen Vita und in Berlin Vita und in Berlin Vita und in Berlin 4.500 Euro 4.500 Euro 4.500 Euro 4.500 Euro 4.500 Euro 4.500 Euro 125 Ok 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 Wann du dort was? Ja Ja Ok 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 Auf pewno Heral Das aber Genau Das ist Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Sehen Sie hier, die Wüste verschiebte alte Gebäude, redet von englischer Zeit, hatten wir englische Einsetzungen vor 74 Jahren, bis 1942. Kolonien 2. Bescheid 1. 1. 2. 2. 3. 6. Ich habe einen Bezüchel für einen. Ich habe einen Bezüchel für uns mit dem Züchel gemacht. Ich habe einen Bezüchel bekommen und ein Bezüchel bekommen. Ich habe einen Bezüchel bekommen. Aber ich habe das Zebüchel und die Bezüchel für uns so, und den Bezüchel vollkommen, auf die Arbeit. Ich habe nicht mehr Geld für die Ich bin viel Geld und zu tun, die ich nicht mehr Geld habe. Ihr明白? Ich bin gar nicht mehr Geld. Wenn jemand ein Geld hat, würde ich eine Alkohla anziehen. Wenn jemand ein Geld hat, würde ich ein Alkohla anziehen. Er ist nicht mehr Geld. Ich bin das Geld, wenn ich meine Geld Geld habe, ich weiß nicht mehr Geld. Ich bin die Flüchtlinge in der Welt. Ich habe einen Bezug auf den Weg gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier drei Typen in der Wüste in Ägypten. Die östliche Wüste liegt auf der anderen Seite vom Nied. Unser Sandau dort ist sehr schwach. Hier ist es ein bisschen schwer. Wo ist der Sandau dort? So dort können wir Schiefern spielen auf die Wege. Und diese Wüste, Rotemier Wüste oder westliche Wüste und Karl Benzel heißt Sinai. Hier haben wir Schäden auf Tourismus, wie Eisen, Löpfer, Höln, schwarze Sand auch haben wir ca. 50% von der Wüste hier in Ägypten. Die ist sehr schwer zu sein, das ist sehr wichtig für Elektronik. Aber wegen dem Schnee habe ich Skifahrt. Skifahrt aber auch ein bisschen. Ach so. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und hier ist natürlich sehr abdruckend. Besonders am Süden von Ägypten. Regen nur drei oder viermal pro Jahr. Aber vielleicht auch kommt jede acht oder zehn Jahre. Viele Regen, starke Regen kommt von der Wege. Und macht die schöne Straße und Gebäude kaputt. So in Körnerstadt sehen wir eine Liya-Kanale. Haben wir das gemacht, um unsere Straße, unsere Straße immer zu schützen. Und Norden von Ägypten, Kairo oder Norden auch Nähe von der Militärienmeer. Ist ein bisschen nasser. Und hier liegt mehr als hier. Für fünf oder sechs Mal pro Jahr. Aber nur im Winter. Haben wir Schnee hier. Aber nur halbe Insel Sinai. Auf die Berge Sante Katrin. Nur im Januar, Dezember und Januar. Tag kommt Museumse Oerland. 5. seat Sante Katrin. 12.7 100km ить Sante Katrin. Nähe Zanderkaupang. Kanye Dig 6. waysont takes bohens und den thenen Falsashen in 312-6 Gemeinden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Auf Wiedersehen. Wettbewerb WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Wir müssen von bisschen hier, von bisschen hier, von nicht hier, aber hier sind halt Probleme und von bisschen hier nicht mehr, dass wir da nicht sind. Dann sind wir von bisschen hier gestoppt. Nach unserer Revektion war 2015 das Land gestoppt. Hier kommt von Süperolpflinze, Süperolpflinze, haben wir viele im Süden von Ägypten, diese Flinze braucht immer viel Wasser und auch abdrückende Wärme, abdrückende Wärme und kein mehr Wasser für Zeit, denn braucht mehr Wasser und auch mehr Sonne. So die beste Süperolpflinze hier in Ägypten, liegt immer in Süden von Ägypten. Wir haben die Flinze hier in Ägypten. Drei Schrauben kann man die Kamera machen. Sie sind ein paar Jahre? Was Sie? Sie sind sie auf? Sie sind es 7 bis 20? Sehen Sie hier viele Polizei, habe ich gesagt, dass alle Leute leben oder die meisten Leute leben nur auf 5% von Ägypten. An Niel und einige Städte am Roten Meer. So haben wir ein Prozent von diesen Leuten, die bei Polizei arbeiten. So zum Beispiel, wenn wir nur ein Prozent von den Leuten arbeiten bei Polizei, sehen Sie, dass viele auf Ecke Platz sind. Sind Sie bestanden? Und das ist auch, trotz allem hier, überall gibt es viele Bescheiden, Punkt oder etwas, unterwegs. Die Wahrleute gibt einen Postmach-Mor-Check hier für Scheiden, dann für Bio, weil es vielleicht gibt es die Journalistik, 5% von Ägypten. Sie sehen nach links nach Wasserleitung und dünner nach Seferleitung und Händelrichtung. Sie sehen nach Wasserleitung. Sie sehen nach Wasserleitung. Sie sehen nach Wasserleitung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR